Jetzt habe ich die Aktion geschafft. Es war gar nicht so leicht. Ich bin am Schluss auch von unseren Kollegen von der Polizei aufgehalten worden. Zum Glück konnte man mit den beiden gut reden und sie scheinen auch ein klein wenig zumindest zugehört zu haben. Wir stehen hier vor unserem Denkmal für alle Gefallenen aus unserem Volk, die in den letzten drei schweren Kriegen ihr Leben für unsere Freiheit geopfert haben. Ich war noch in der Kirche im Kloster, nachdem ich eben dann für die Polizei dann ausgeschalten habe, denn es war eh schon dunkel und der Auftrag war schon erfüllt. Insofern musste ich auch nicht mehr in eine Konfrontation gehen. In der Hoffnung. Jetzt sind sie noch mal da. Darf ich noch ein Weihwasser drüber? Ja, holt uns bitte das Telefon runter. Ich möchte nicht gleich grün. Okay. Ich störe mich gerade bei der Weih. Also abgesehen davon. Es ist jetzt echt, ihr müsst ein bisschen schauen. So, jetzt kommt nur das Weihwasser. Und die Fahner selbstverständlich auch. Ich verabschiede mich für heute von euch und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Gott segne euch. Gott.